Mit diesen Tricks arbeitet die Werbeindustrie bei Essen Part 2. Das Hähnchen hier sieht so saftig und prall aus. Allerdings wurde vorher auch ein Luftballon reingestopft und aufgeblasen. Und der Schaum von diesem Bier in dem Glas ist perfekt, oder? Also so perfekt, wie es halt wird, wenn man vorher Spülmittel reingebt. Nicht zu vergessen dieser frische, aufgebrühte Tee, hinter dem ein Tampon liegt, welches nass in der Mikrowelle gelegen hat, damit dieser Dampf zustande kommt.